Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, jetzt sind wir endlich bei der Folge 400 angelangt, also endlich, bestimmt habt ihr es lange erwartet. Mal gucken, was ich jetzt noch mache. Ich habe jetzt mir auch doch endlich mal die Tree Capitator Mod draufgekriegt. Und mal gucken, was sich dann da so machen lässt. Da ist ja bestimmt einiges, aber ich wünsche jetzt viel Spaß beim Gucken. Bis zum nächsten Mal. 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 draußen also letzte mal eine aufnahme hat das dann um mann übel geleckt zwischendurch also immer die ganze zeit frem einbrüche selbst ohne schädel das fand ich schon merkwürdig und die trieb ich hätte auch die muss leider auch wieder rausnehmen da die irgendwie nur der kreative modus funktioniert sonst schnitt mir einfach sofort ab wenn ich da mittags anbauen wir das brechen weil noch alle normal abgehakt okay ich hoffe mal dass mein kopf jetzt flüssiger läuft ich bin mir aber nicht ganz sicher aber okay weiter geht's schnitt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020